Also, wie lautet der Plan, Austin? Dieser Karte zufolge wimmelt es auf der ganzen Insel von Dr. Evils Wächtern. Ich würde gerne nachsehen, ob die Sprengsätze feucht geworden sind, aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht weiter hinten. Okay, dann wühle ich mal ein bisschen tiefer. Mann, das ist ja wirklich voll hier. Wühl ruhig tiefer, mein Liebling. Dann pack dich mal durch alles durch. Mein Gott, Austin. Wie fühlt denn da drin alles auf? Das ist ja ziemlich alles, was mich anmacht, verstehst du? Du kannst dir mal kräftig ziehen. Meinst du, die brauchen hier nur was? Würdest du den bitte nicht drinnen aufmachen, vielen Dank. Entschuldige. Okay. Große Kratz. Hoppla, einfach nur aufgegangen. Ja, sowas passiert von gleicher Zeit. Donnerwetter. Ja, ziemlich eklig. Tja, tut mir wirklich leid. Oh, stinkt ganz schön. Diese beiden da machen mich wirklich krank. Kannst du mir ein Bier aufmachen? Ah, was ist denn? Eine Springmaus. Wie kommt die denn da rein? Ich, ich hab keine Ahnung.